hallo guten abend es ist wieder mal zeit für eine schurbelei am abend es ist nummer drei also zwischen sie der zeit hat sich ein bisschen was ereignet oder also ich habe einen interessanten bricht gesehen den mann vom lehrernetzwerk ja ich verlinke das dann meinem dem rektor meiner ehemaligen kantonsschule geschickt hat das ist verblüffend wir wissen dass österreich wird jetzt die zwangsschlumpfung einführen wenn da nicht noch ein wunder geschieht und ja das kann man immer hoffen und mir ist inzwischen zeit aufgefallen warum die schlumpfung nicht funktioniert sie wissen dass schlumpfen nicht geht die zahlen sind auch recht eindeutig aber ich versuche das mal jetzt kurz frauen als wirklich ein kurzes video haben dass man kurz zu erklären was ich mir überlegt habe also ihr müsst auch wissen dass es gibt immer so eine meta eben ich versuche es dann im falle von schrödinger und der information zu erklären man hat vorstellungen wie etwas funktioniert und man sollte diese vorschläge haben und wir haben natürlich dann die molekulare das chemische will ich natürlich mit molekülen arbeiten aber es kann auch sonstige realisierung sein also sie können sich zum beispiel vorstellen sie sein general dann wissen sie etwa wie die wie ein angriff da zu planen ist und wie sie die befehle zu formulieren haben sie wissen nicht zwingend was der einzelne soldat dann macht und was er tun muss in dem fall ist natürlich so anführungszeichen einfach schlusszeichen dass sie das als general sehen können sollten und wissen müssten und auch besser schon darauf aufgebildet sind das ist ja dann die gute sache der schweizer armee dass man dann auch wirklich von unten hoch steigt danach ein nachteil bei der schweizer armee dass wegen dem petri prinzip das sonst immer negativ ist jetzt sozusagen die leute auf der letzten fähigen unfähigkeitsstufe festhalten werden das heisst wir haben vielleicht gute generelle in der schweizer armee die sind alle als soldaten festgefunden weil sie eben im verhältnis zu den anderen soldaten schlechte soldaten sind also das zum beispiel bei ok aber das ist ja nicht so wichtig ihr wollt wahrscheinlich wissen warum man nicht schlumpfen kann es ist ja schon traurig sie schlumpfen in schlumpfhausen also ja ich habe es versucht zu erklären ich weiss nicht ob ich genau richtig bin ich habe den molekularen mechanismus davon auch nicht wirklich im griff aber ich habe so ein bisschen eine vorstellung was passiert ein grund ist dass wir alle nicht sofort an krebs sterben also seine hypothese die die eigentlich zum anfang dieser überlegung steht und zwar vermuten wir zwei drei leute vermuten wir dass es so etwas wie eine art selbst korrektur auf der genetik stufe gibt und eine art kontrolle wenn zellen durchdrehen also was passiert jetzt beim schlumpfen also beim schlumpfen das ist da rechts beim schlumpfen da wird eine zelle dazu überredet da diese spike ist zu produzieren also wenn da die zelle mit dem zellkern und sonst das ist die zelle oberflächliche zellhaut ist nicht wie bei einer pflanzenzelle wirklich hart beim menschen aber sie setzt trotzdem so was wie eine haut und die spiken dann und jetzt kommt da das ist nicht die terrorgruppe sondern unser immunsystem also ist das so als auge mit einem zielfernrohr also unser generalstab der generalstab des immunsystems schaut dann hier oder die beobachtung sagen wir mal die 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 beobachtungseinheiten das heißt ein arranger hat das zu großen wert in der amerikanischen armee also die beobachter sehen dann hier da eine zelle die spiked eine zelle die spiked wird da der generalstab so Wort als krebszelle entdecken und wird also eine krebszelle einstufen und wird einen angriff auf die zelle starten das ist das was sozusagen passieren wird also als auto korrektur und dann nach sechs monaten etwa wissen wird hat der 50 prozent der spiker zellen eliminiert oder das ist das was man auch messen kann ja und dann sind sie dann halt weg oder problem gelöst und dann muss man bussen als sie wollen wieder neue zellen machen und okay das ist wahrscheinlich das was im körper von gespikten leuten abläuft also von den schlümpfen natürlich nicht sonderlich sinnvoll oder was passiert jetzt wenn ein eine ein virus kommt ja der virus da das teuer ist der virus hat das so spiked da drauf zufällig ist es ein corona virus ist da und kommt in den körper hier haben wir die zelle also muss hier natürlich auch noch sagen dass das im atemtrakt ist das ist gar nicht im körper wo es da reingespritzt wird also im prinzip sind da jetzt das immunsystem hier mit seinem fernrohr schaut oder ist ein virus und auf das virus okay also das passiert die zelle hier die lebt eure sechs monate und ihre zwölf monate und wird dann ersetzt also das ist das sozusagen eine eine sache ist also nicht kein kriegsbezellung nicht kompatent hat er die zelle das muss sie auch sein bei einer infektion sind die zellen nicht kompatent ist logisch okay also das ist jetzt das wie es sein sollte und das ist jetzt das wie er das macht nun sollen wir noch mehr dazu sagen nein ich glaube ich habe jetzt alles dazu gesagt das hat jetzt nicht nichts damit zu tun oder der packt hat also seine theorie mit der sozusagen überreaktion des immunsystems oder der autoimmun krankheiten das ist jetzt sozusagen das normalfall jetzt hat man mich gefragt warum nicht das haben sie vielleicht mit überkommen warum ist bei jüngeren der fall dass wir bei jüngeren mehr thrombosen haben als bei eltern nicht das glaube ich hat sich unterdessen auch schon herumgesprochen das sehe ich im moment nicht aber ist wahrscheinlich in dem moment modell hier ganz einfach zu erklären oder weil wenn sie natürlich dann ihre zellen angreifen und die zusammen klumpen in der blutbahn und die dann es werden dann kriegsgefangene gemacht oder sie werden zusammengetrieben und dann hat man eine eine thrombose kriegsgefangenen lager sozusagen und das da der schritt da der geht bei jungen leuten natürlich fantastisch schnell und bei älteren dann eben nicht mehr sein deswegen gibt es die relativ häufigen krebs krankheiten bei alten leuten oder weil das immunsystem oder welches system da zuständig ist nicht mehr alle krebszellen machen finden also ich bin relativ sicher wenn wir ein wenn ich auch nur ungefähr verstehe was der körper macht wird der körper der eine zelle findet die spikes produziert die entfernen wollen also bin ich relativ sicher weil der körper muss eine art kontrollsystem haben um zu erkennen was die einzelnen zellen tun sollte nicht es gibt ja für die militär oder es heißt ja im militär dass diese führung steht das ist kommandieren kontrollieren korrigieren oder das kommandieren das haben wir jetzt verstanden das ist diese dieses zentrale dogma der molekularbiologie das ich auch schon erklärt habe dass kontrollieren kennen wir fast nicht aber das muss da sein im körper und das korrigieren das ist dann eben das was ich hier eingezeichnet habe also ich bin ganz sicher dass diese drei prinzipien im körper erfüllt sind ich kenne nur das kommandier prinzip weil ich das in der schule gelernt habe aber ich bin ja auch nur chemiker wie es von körperbrauch sagen würde wenn mir jemand sagt wie man das kontrollieren und das korrigieren im körper selber macht dann höre ich da gerne zu ich muss ja vielleicht das auch einmal ein bisschen studieren wie das dann geht also in dem sinne haben mit einem kameradschaftlichen gruss schliessen wir jetzt hier ab guten abend ja